2. 3. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 7. 7. 9. 10. 11. 11. 11. 12. 12. 13. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich bin doch nur eine arme alte Frau, Schätzchen. Ihr müsst euch meinetwegen nicht beunruhigen. Untertitelung. BR 2018 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 Ah! Es wird mir nichts an, nicht vor. Jetzt seht mir, was ich eurem Kriegen getan habe! Ah! Ja! 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 Ja, das war's. Das war's für heute. Was ist das? Okay. Okay. Untertitelung jetzt für funk, 2017 ich bin doch nur eine arme alte frau ihr müsst euch meinetwegen nicht beunruhigen ich bin doch nur eine arme ich bin doch nur eine arme Das war's für heute. Ooooooooh! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Es bedeutet uns so viel, dass die Klaue wieder dort ist, wo sie hingehört. Ich danke euch. Vielen Dank, dass ihr euch um diese Diebe gekümmert habt. Das Flusswald Handelskontor ist wieder das, was es einmal war. Das Flusswald Handelskontor ist wieder das, was es einmal war. Ihr und ich, wir... Das Fluss... Oh, etwas hiervon, etwas davon. Das Flusswald Handelskontor ist wieder das Flusswald Handelskontor. Das Flusswald Handelskontor ist wieder das Flusswald Handelskontor. Also gut. Ich bin direkt hinter euch. Was soll ich nehmen? Ich dachte, wir sollten vielleicht einmal einen großen Ausverkauf abhalten. Die Preise halbieren und vielleicht ein paar Jongleure dazu holen. Wir könnten viele neue Kunden anlocken. Ich bin direkt hinter euch. Geht ihr voran? Meine Schwester... Für manche ist es Rang. Für mich sind es Schätze. Für mich ist es Rang. Für mich ist es Rang. Es gibt keinen neuen Kunden.